Hey, ihr kleinen besoffenen Opferknechte und willkommen zu einer weiteren Folge Billard mit Pauten und Gemma Lesmulas Hey Leute, ich hab reingelunzt Hey cool, man kann ja auf ein Video antworten Ist das ein Zuschauer? Nee, das war ein Zuschauer Nein, der klang wie deine Mutter Oh Oh, muss ich jetzt immer noch reinlunzen? Ja, ja, ja Oh, ja, kein Problem, der GG Da hat er direkt zwei reingemacht That's the way, du hast sie voll, ja, kein Problem Ich hab die halben Ja, war geplant, ey, du hast doch, du hast wahrscheinlich jede feine Minute In der Zwischenzeit, wo wir nicht aufgenommen haben Trainiert, ja, natürlich That's the way Aha, aha Oh, wie knapp war das denn Schade War natürlich geplant Aber guck mal, wie krass der jetzt wird Achte Oh, nein Hat er nicht gemacht Oh Das war fast über Bandel mit nem 360 Ja, mach mal 360 die Schwabel rein Okay, warte, mach ich Oh, 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 oh Oh, thank you, Manuel Kein Problem Wie krass, weißt du, bei mir war gar keine drin Oh, nein Und trotzdem hatte ich, ja Und trotzdem hatte ich Probleme jetzt irgendwie was reinzumachen Ja, aber du bist nicht umsonst, German Les Moulos Gehmann Ach, Gehmann, sorry Hatte ich ja eben schon falsch gemacht Oh, jetzt kannst du da natürlich, äh, Doppel das Lottchen spielen Gut Ist nicht dein Ernst Hä? Das hat man aber gesehen, dass die, warte Ich hab hier sogar schräg gefehlt Pass Ah, weißt du Oh, oh, oh Aber pass auf, jetzt schaff ich's Oder auch nicht Ja, geil Aber den, den machst du rein Ich glaub an dich Nee, der geht nicht Ja, oh, sogar ohne was zu berühren Alter Ach, jetzt passt auf, Leute Schaff ich das oder schaff ich's nicht Ich sag ja Ich glaub, du schaffst das, Manuel Wow Ist es immer noch so ein Zuschauer Ich bin verwirrt Die klingen alle gleich Ja, komischerweise Ich weiß auch nicht, was da los ist Ich find's auch manchmal ein bisschen freundlich Meine Mutter etwa ein Zuschauer Was denn? Wenn die Leute schreiben Ja, das ist gar nicht Manuels Mutter, die da redet Sorry, Leute, was ist denn bei euch los? Man hört das doch an der Stimme Wer soll das sonst sein? Leute, komm mal Alter Ich bin das echt von euch ein bisschen enttäuscht Da weine ich auch manchmal nachts Ja, du auch Ich dachte, ich leute Wenn ich Videos von German Les Moulos Gucke Und die Kommentare lese Ja So, warte mal Jetzt machen wir erst mal Ne, ich mach mal safe hier So Ja Alter, der war ja richtig krass Ich hab noch drei Und die schwarze ist echt kacke für dich Ja, was war da? Ach, du willst denn dagegen und dann nach links oder was? Ich glaub, wenn das fester gewesen hätte das sogar was werden können Ja, aber ich bin halt mehr so der Tänzer Das weißt du, Manny Ich hab einfach den Hüftzwung auch beim Billard Ja Die nicht wissen, ich bin natürlich auch Nein Als OP Oh, 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 oh Ja, okay Gut Läuft ja gut, echt Du hast den Spielball eingeloggt Partner, Ball in Hand Ah, fuck Nur noch die acht ist noch übrig Und dann Nein Oh, was war das für eine Hinrichtung Ach, komm Ich will noch mal spielen Okay, neues Spiel Neues Glückmenü Ja, jetzt schaff ich aber, okay Ja, es war Anfängerglück Ja, nach deiner letzten Demütigung wollte ich auch, dass du gewinnst Okay, ich glaub, ich muss hier rein dunzen Oh, boah Ah, no risk, no fun That's my motto Da gehören die Halben Einfach ein Risk-Taker Oh, Alter Aber ich freu mich schon aufs Fallschirmspringen Wann? Gleich? Ja Dachte ich, oder nicht? Ja Wir machen nämlich ne Achso, ich bin einfach immer noch so Was hab ich denn voll? Wir machen die, ja Ne, die Halben Ne, ich hab mir die voll Wir machen die Gulasch-Challenge Gulasch Und zwar werden wir uns mit Gulasch vollfressen Nein, ich hab dir nicht was Ja, der Zug ist vorbei Lol Alter, jetzt kann ich's ja bewegen Ja, dann, äh, wir essen zwei Liter Gulasch Und dann kotzen wir das, äh, oder versuchen das Beim Fliegen wegzukotzen Das ist die Challenge Endlich mal ne neue Challenge Als ob Oh, oh, war geplant Danke Das war meine Kugel, ne? Ja, natürlich Nein, guck doch, ich bin dran Achso Ja, sorry Jetzt hast du es auch verwechselt, Alter, ey Ich bin echt gut Ein richtiger Rentner Ich hab auch einen Hirn-Schaden Ah, du auch? Ja Alter Ich bin oft Meine Eltern haben mich sehr oft fallen lassen Oh, ist klar, ich hab drei, zwei, eins Jeden Tag ein Bierpulle Eine Bierpulle Eine, eine So, warte mal Jetzt müssen wir hier mal gucken Ich hab, ich hab die Halben Ja 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 Halb Aber dann machen wir so Ich wünsche, dass wir alles einfarbig und Der eine hat gelb und der andere hat blau oder so Nein, das ist der Ja Boah, wie einfach war das denn? Oh, Junge, ich hab nie Ich hab eine Kugel eingeloggt Und das war die schwarze Ja Krass Bist ein guter Spieler Oh, guck dir das an, wie geil-O-Matico Vor allem, wie ich nur gewinne Weil du immer die schwarze reinmachst War doch letztes Mal auch so, oder? Ja, könnte gut sein Ich glaub auch Warte mal, wo schaff ich das denn? Ich mach mal hier die schwarze Wow Wow Ich hab vier Teile eingeloggt Und die schwarze gehört dazu Okay Nice Man merkt auf jeden Fall, dass wir Barbos sind Ja Also, wir kommen Ich wollt's halt fair machen, ne? Ja, find ich auch gut von dir Ja, danke Ich klatsche jetzt auch die schwarze rein Ja, mach mal Ja, mich doch anders entschieden Doch Spontan anders entschieden Aber jetzt, jetzt Du hast die vollen Ja, danke Jetzt pass mal auf, wie ich den reinmache Wenn das klappt Ja, mach mal Dann bin ich Gott Ah, die, die hell Die blaue dann Oh, nein Oh, das war mal Du hast meine reingemacht Ja Ja, danke, ne? Danke Ja, bitte, bitte sehr Danke Hab ich gerne gemacht Aber ich nehm nicht die Obwohl es Ah, ja, weil du die blockieren willst Das ist wieder deine Taktik So ein ausgesuchster Billiardspieler Wie die sich rausgehackt hat Alter, nice Nice hacks, man ja Ne, wieso denn blockier Was? Was denn für Blockade? Ja, weil Du könntest die auch einfach nicht spielen Weil die blockiert das Loch Und wenn ich dann da Achso, ach, ne, ne, ne So gemein bin ich nicht Nicht die Verrückten Die Verrückten Die Verrückten Ja Ja Dankeschön Kein Problem Ne? Hast die auf jeden Fall ganz gut postiert Dann mach ich jetzt erstmal Ne Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen Ja, machst du den Ring? Natürlich Mach den da Darf ich bitte? Da ist eine gut für mich Ey Wie viel haben die sich denn rumbewegt, Mann? Oh, jetzt sind meine Ich hoffe, du spekulierst darauf Dass die dann irgendwann doch noch reingehen Oh, fuck Das war, oder? Ja, nee, der kommt Ah, der geht Oh, ja, Alter So Den mach ich euren Ja Ja Oh, der war ja Der war ja toll Noch ein Was? Alter, als Oh, ey Ja, aber Ich mach einfach so Alter, wie viel Pech kann man denn haben? Ah, das war nicht mal Ich hatte noch zwei Ich mach einfach Eine einzige Kugel Ne, ne, zwei scheinbar Ach so Alter, alter Oh, Mann Oh, ist schon ziemlich nice, ey Bin ich ein bisschen neidisch Also wenn du jetzt in der, in der vorherigen Runde Auch ne schwarz reingemacht hast Dann sind wir jetzt endgültig quit Oh, oh, Alter Alter, voller Da hab ich wieder richtig aufgeräumt Aber das bringt mir halt auch nichts Wenn ich dann gleich eh wieder die schwarze reinmach Ja, aber dann solltest du weniger lunzen Ja, toll Guck dir das mal an Welche mach ich denn jetzt hier bitte rinnen? Ja, alle Genau, mit der dann die Rode Und dann Gigi Ja, ja Alter Mit Gefühl Oh, Mann, ey Weißt du, ich bin halt Ezle, ne? Ezle, ähm, ist mein Vorname Hahaha, der Vorname Boah, das gibt's nicht Du verhungerst Passt mal auf Ich könnte jetzt direkt Aber, nee Das ist mir zu einfach Junge, da geht wieder die Schwarze Alter Alter Was bin ich für ein Tier? Was bin ich für ein Tier, Alter? Hä? Du bist dran? Ja, es war eine halbe Ja, es war eine halbe Oh Hahaha Was bin ich für ein Tier? Genau, den wollte ich reinmachen Ist das lustiger Was? Oh, Mann Ja, genau deswegen sage ich Mach bitte die einen dann alle blau Und die anderen alle gelb oder so Oh, der war, wow Äh, wird mal ein bisschen aufgeräumt hier Kannst du auch eine von mir reinmachen, bitte? Eine schwere? Nö Haha, nö Ja, der geht Der geht Pff Oh Alter Komm, komm Oh, fuck Schade Ach, du bist immer noch dran Nein Ja, voll verkackt, ey Ja, aber schön souverän eigentlich Wie ich die da nacheinander Nee, nee, nee Da hab ich fünf, sechs Kugeln nacheinander reingelunzt Jetzt liegen die natürlich auch ein bisschen Ja, ich hab auch nur aufgehört zu spielen Weil ich deine Weil ich nett bin Reingemacht habe Oh, das hast du mit Absicht gemacht? Ja Ja Das ist so traurig, weißt du Vor allem, das war ja echt geplant Nur ich war halt dumm und hab verdrängt, dass das meine, äh, nicht meine ist Das will ich jetzt sehen, wenn du da aus dem Schlamassel rauskommst War eine nette Idee, oder? Ja, war Und jetzt hast du auch gar nicht ein einfaches Spiel oder so, nee, nee Alter, bitte Demütige mich jetzt nicht noch mehr Es steht schon 3-1 Nein Alter, als ob Und er verkackt es noch fast Ah Ah, okay, doch Das ist relativ einfach Nee, nee, du kannst ja trotzdem die grüne nehmen Nee, das darf ich glaube ich nicht Ach so Ach Hä? Die Regelung gibt es dann? Ja, ja, das Alter Das wird nichts Oh, darf nicht rein Die darf nicht rein Oh, Mann, ja, jetzt ist der Schwieß wieder umgedreht Nee, ist er nicht Ja, wie ist er nicht? Ja, wie soll ich den denn jetzt einfach reinkriegen, Mann? Das ist so schwer, ja? Ja, du musst da einfach so ein bisschen Hilfe Oh, oh Oh, oh Komm Ja Oh, Alter Bitte Bitte Komm Bitte Nein, nein, bitte Komm schon Komm schon Ja Nein Nein Scrapi, Api Okay, komm, wir machen noch eine Runde Okay Sonst hat die vorherige Runde ja gar keinen Sinn gemacht Bei dem 3-2 Äh, 3-1 Zack Komm Oh Nee Okay Ball da rein Okay, ich lund's rein Ich mach hier die Crew Ja, mach Ja, mach Sauber Hä? Du hast eh ab die vollen Na toll Ähm Aber sind es von dir, dass du eine von mir reingemacht hast? Hä? Oh Gott Okay Als obvi Wo war das Problem? War zu schwer für dich oder was? Jetzt streue ich noch Salz in meine Arme Deine Fleischwunde Ach da Hey Hey, ja komm Geh rein Ja, danke Ey, so mega langsam mit ganz viel Gefühl Ja Hast du gesagt, ich darf nirg mal reinböllern Das stimmt also Ja toll Was machst du jetzt? Ich mach mal so Was? Das war sogar zu hart angeschnitten? Hä? Warte mal Ich hab die vollen, oder? Okay Nee, nee, die halben Bitte glauben wir Nein, das waren die falschen Oh, schön Schön an der Seite vorbeigespielt Nein Ach, das kann man jedes Mal Kehrt dieser blöde Ball da rein Immer diese weiße Kugel Pass auf Überbande natürlich Auch wenn das wahrscheinlich nichts wird Alter Weil wenn ich mir die weiße schon hinlegen kann, wie ich will Dann will ich sie auch richtig nutzen Das ist ja krass, Alter, ich hab's schon wieder geschafft Ach, jetzt bin ich nicht so krass, Alter Hier, guck mal Bin ich gespannt Oh ja, genau, die weiße, wo ich natürlich reinmachen Oh, richtiger Ballung, Alter Nee, warte, ich muss meine eigene anspielen Äh, ja, ach so, was geplant? Nee Nee Mann, ich hatte da Ach, mein Ach, was soll ich So, oh Ich kann nicht mehr reden Ja Boah, die ist schwer, Alter Die war gar nicht schwer, war ein Pränker Aber ich glaube, meine Kugeln liegen ganz gut Oh Ja, doch Nur die acht übrig Alter Ich werde jetzt was probieren Ich werde jetzt probieren, die schwarze unten gegen Die Bande zu machen Und dann gegen die rote Und dann rein Fuck Ich hab nicht mal die rote getroffen Ja, genau das meine ich Ach man, jedes Mal an dieser hässlichen Bande Ach komm Ja, aber die Ach, die ist immer noch scheiße Die schwarz Kannst du die nicht nur anders positionieren, bitte? Wieder rein, meine Damen und Herren Ja Jawoll Ich opfer, Alter Wie kann man so scheiße sein? Das gibt es doch nicht Ja, 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 stopp, 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 ohch, jae off Doch, es ist schon einfach, aber ihr kennt mich, Leute. Stopp, 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 stopp. Halt's auf! Okay, okay, Piggy, jetzt musst du es jetzt mal anders spielen. Nein, wenn du das jetzt schaffst, hast du so ein einfaches Spiel. Scheiße. Komm, weiße, geh rein. Oder mach die schwarze jetzt rein. Oh nein. Nein. Oh fuck. Ja. Aber ich glaube, meine blaue liegt aber, glaube ich, im Weg, oder? Nee, 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 oder? Oh doch, tut, nee. Nein. Oh, stopp. Ja. Unentschieden. Unentschieden, Alter. Und was sagst du zu deiner Unentschiedenheit? Mama. Ja? Oh, hi. Hi. Hallo, hä? Du klingst ja genauso wie die von Manuel. Und der Zuschauer. Das ist doch gar nicht die Mutter. War das jetzt der Zuschauer? Ich weiß es nicht. Ach man. Naja, egal. Dann bewerten wir den Part. Guckt bei Pauten vorbei. Und dann sehen wir uns später wieder. Tschüss, bis dann. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.